hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von my time at sandrock so no need for into that i know ja ich weiß ach so er ist der pfarrer hier genau stimmt bilder be careful wenn du be roaming around zu bilden wir sollen vorsichtig sein wenn wir außerhalb unterwegs sind da ist nicht so friedlich wie hier innerhalb der städte ok logon if you see this man do not engage report in media so weil wir den das sehen sollen wir den civil corps bescheid sagen und wir sollen jetzt mal mit jan reden sollten vielleicht tatsächlich auch mal machen wo sind eigentlich mien die habe ich auch noch nicht wieder gesehen da muss ich ja auch noch hallo sagen heute amira die ist auch durchaus nett oh you must be so ach so die hatten wir noch gar nicht gesehen wie one of the new builders pleasure to meet you i'm amira sie ist amira i have the best selection of pottery in hatten wir noch mal hallo you should be try your hand at portugal exit hatten wir dann hatten wir dann hatten wir die noch nicht health points oh da kann ich sachen anziehen hier muss dabei so die amira ist neu die ist niedlich einfach die amira die haben wir jetzt neu kennengelernt ich dachte die hätten wir schon kennengelernt stranger ach so wie kämpft wir kennen sie halt genau die mien kennen auch nur wir okay die würde ich gerne mal sehen dass wir die regelmäßig halt anquatschen können jasmine hallo die singt die gute die haben wie ich mitgekriegt habe auch eine tochter mabel und da ist sie die habe ich auch noch nicht kennengelernt ne das ist koopa Elsie dich kennen wir doch oder oh check another tourist howdy i'm afraid you must be one on my way the new workshop owner genau ich bin der neue workshop besitzer well shoot now why didn't you say too i'm Elsie okay sie freut sich uns zu treffen sorry i didn't recognize your partners i thought all builders were boring old geezers so sie dachte alle handwerker werden so alte langweilige leute wie der mason so hey did you pick up my comments and not yet not yet oh i get it playing hooky ah und yeah well shot shoot i can blame me ach so genau die ist in diesem spielding da offenbar ganz gut so das klippen wir gerade mal die hatten wir glaube ich auch noch nicht kennengelernt die äh wo ist sie denn heidi grace elsie genau und genau die ist nämlich die tochter von den zweien da von der mabel und wie heißt der dude mabel and cooper genau okay kann ich mir trotzdem jetzt gehen wir mal zu jan denn ist schon den zweiten tag hier unterwegs schauen wir mal bei jan vorbei dass wir das auch mal erledigen ne hallo jan no that's a nice looking pick hammer genau wir haben eine pick hammer gemacht it's the soul of the desert builder das ist die seele des des handwerkers hier never verliere ihn nie but if you do know you know also falls es tun sollten wissen wir zumindest wie wir einen neuen herstellen können next let me tell you about the recycler okay recycler it's another indispensable tool for a desert builder also wirklich auch ein wichtiges teil it's a machine that synonymous with make do okay once it's made you can put the scrap you clock with the pick hammer also sobald wir einen gemacht haben können wir den scrap also den müll den wir mit dem pick hammer sammeln genau können wir den recycler tun und bekommen sinnvolle dinge hinaus heraus you can construct the recycler on your assembly station also an der assembly station können wir das machen dort ist auch die anleitung wir sollen dort im handbuch nachgucken ebenso kann man das über das control panel an der assembly station machen und don't worry so much you'll figure it out klar wir schaffen es auf jeden fall come back to the commerce guild when you finish okay wir sollen zurückkommen wenn wir es erledigt haben was gibt es ja noch near photorealistic painting of martel's oasis das ist ein foto nahezu fotorealistische zeichnung oder gemälde von martel oasis written very small in the corners mason pg 90 map of the aliens also dass die karte von der allianz der freien städte you can see home tone high wind wir sehen unser rosen high wind high wind geschenke viele ungeöffnete geschenke okay kiste achso für den recycler brauchen wir auch dinge ne drei von fünf holz haben wir steintröge und grinding saws brauchen wir okay das bookcase ist nearly barren aren't milder skills supposed to have more books only one title jumps out how to make friends and influence people okay gut hier oben nix außer die kiste war hier hier können wir demnächst die aufträge ich glaube noch kann ich nicht accept grinding saws oder kann ich hier schon sick rope spires one year drei monate und ist natürlich eine ganze weile hin ne können wir schon nope we can we can't können nicht okay also da müssen wir uns erstmal brauchen erst noch diesen grinder dass wir das machen können na gut gucken wir mal dass wir da einen hergestellt kriegen wir natürlich nur gucken wo kriege ich hier holz oder sowas her letter haben wir die nicht schon angeguckt es hat to believe only if you do es ist hart das erste paar tage sind dass wir sie verlassen haben für sandrock sie und unser vater vermissen uns das übliche ich hab das noch nicht so get ready to start seeing some fresh and friendly faces around sandrock to search for sandrock builders position has finally been filled twice in fact und zwar genau die mien ist ja noch mayenne karl we besuchen among our citizens in our fine and fair collective mayenne is from telsky and considered to be one of the most promising young builders in her community also die war es kommt von telsky und ist eine der am meisten versprechendsten jungen erbauer in der community also sie will halt richtig bauen und karl ist in ab kann also auch ein durchstartender junger bild junger handwerker vom high wind what could not reach for comment also die haben uns nicht erreicht ok future prospects of what you what an expanded stuff could mean for sandrock ja dann gucken wir mal was wir dann so machen können so und wir haben ein backers t shirt bekommen das können wir jetzt da noch anziehen ne tops genau ks bäcker hut haben wir nicht pants haben wir nicht shoes haben wir nicht accessoires haben wir nicht ok sehr gut hier müssen wir hin die assembly station den recycler hier haben wir die anleitung das kennen wir ja click to start genau so wir brauchen noch ne holz 5 von 3 haben wir ok also wird das so gut können wir hier schon mal montieren jetzt brauchen wir noch grinding saws und stone drauf kann man doch bestimmt hier machen grinding saw genau dafür brauchen wir genau dinos und stone und dafür brauchen wir auch stone also wir brauchen steine eine ein stein trock haben wir gekriegt sehr gut Ich brauche aber zwei. Einen Sandwurm. Okay. Ach, Mien ist da. Sehr schön. Achso, hier muss ich durchsuchen. Dann sagen wir da natürlich gleich mal Hallo. Hi, Mien. The great thing about Sandwurm is there always something that needs. Genau, das Schöne an Sandwurm ist, dass immer, weil irgendwas zu tun ist oder zu reparieren ist. That's called job. Also es ist, ja, Jobsicherheit. So kann ich dir was schenken. Vinegar. Soja, schenken wir dir mal. Ah, Relationship plus eins. That's nice, thanks. Nicht ihr Highlight, aber... So, dann können wir ja eigentlich auch bei ihr noch hier, ne? Spell. Sparring? Ne. Play. Ach, das ist ein Kartenspiel, ne? Okay. Okay. Äh, wir kriegen vier Karten. Elefant schlägt Katze und schlägt Fuchs. Fuchs schlägt Katze. Katze schlägt Maus. Maus schlägt Elefant. Okay. Everyplayer hat seine eigene Strategie. Wir müssen uns die Karte anklicken. Okay. So, Runde eins. Sie spielt... Unbekannterweise aus. Wir starten mal mit dem Fuchs. Okay. Sie spielt... It's a Ties. Unentschieden. Genau. So, here we are going to play. Sehr gut. Katze. Ist die Frage gemacht, ist sie den Elefant? Ne, Mist. Ha, easy win. Okay. What's an exciting round? Let's play again soon. Ne, machen wir. Machen wir gerne. Was wissen die? Aua. Aua. Okay, also es gibt hier Tiere zu bekämpfen. Die machen wir definitiv nicht. Ich bin ja nicht bekloppt. Wir haben Level 8 oder sowas. So, wir brauchen noch Holz. Haben wir schon noch einiges gekriegt. Das ist schon mal gut. Das ist Dünger, den nehmen wir auch mit. Und... Wie viele Steine habe ich denn jetzt? Inventory. Ja. Ja. 17 Steine. Das ist auch so. Aber nur einen von denen hier. Aber die müssten wir doch auch machen können, oder? Ne, das ist kein Stein. Was ist das denn? Drei Sandberry. Ach, ist das Trockene. Stone habe ich nur einen. Hm. Hm, hm, hm. Das heißt, ich brauche noch Stein. Ah, das ist noch mal so ein Rocket. Da sollten wir jetzt aber Stein rauskriegen. Was ist das? Ach so, unser Inventar ist voll, ne? Spendet 10 Goals to Unlock. Okay. Einen Slot kriegen wir dafür nur. Was sind denn die Goals? Token. Wo sehe ich denn? Sind das die Goals? Gucken wir gerade mal. Wir machen nochmal einen Slot dazu. 141 haben wir jetzt. 131, genau. Das sind die Goals. Okay. Dinas haben wir gekriegt. Sehr schön. Okay, dann können wir nicht. Da brauchen wir ein besseres Werkzeug für. So, sehr schön. Schön, wir haben mit Mian reden können. Das ist gut. Für was sind denn die Sand? Ach so, da können wir bestimmt mit angeln, oder? Da können wir noch ganz bestimmt mit angeln. Oh, von da aus bekommen wir so. Sagt der. Ach so, ich muss wieder einen kaufen. Wir brauchen wieder. Kaufen wir vielleicht gleich mal vier. So, das können wir auch. Ach, da brauchen wir die Axt für. Level Up, sehr gut. Wir haben jetzt Level 2. 2? Ne, Level 3, ne? Yellow, Lavendel. Okay. Sandquass. Hardrock, ne? Da brauchen wir nicht mit anfangen. Spawn das regelmäßig nach. Müsste eigentlich, oder? Aber wie sehr ist die Zeit auch um? Ich sage mal, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Da hinten glitzert was. Das gucken wir uns gleich an. Aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.